So, lollo und willkommen zu neuen Minecraft-Bowulf. Heute mit den ganzen Apollo-Figuren. Das ist mit den ganzen Apollo-Figuren. Mit den Topsier als den Witz-Bold. Mit Ibina-Hüxel und Niemann. So, ähm, genau. Neh, ich wollte euch heute fragen, Leute. Ähm, was hält ihr von generell den Universum? Und wie weit, glaubt ihr, geht das Universum raus? Also, wie groß ist das? Also, ich denk auf so 12 Meter und dann ist Ende. Es gibt ja, Leute, ich hab letztens gelesen, es gibt ja die weiße Theorie, die schwarze Theorie und die Ball-Theorie, okay? Äh, jetzt, wie... Ja, und Rufsling. Jetzt gibt die, äh, jetzt kommt Wissenschaftler mit Julien, ja? Ähm, nämlich die weiße Theorie ist, glaub ich, dass das Universum immer weiter rausgeht. Hä? Was war das? Hä? Easy, es kloppt vom Kumpel gefallen. Easy, easy, easy. Die Runde hat nicht existiert, okay? Julien macht jetzt eine zweite Kugel-Runde. Nie passiert. Ja, zweite Kugel-Runde. Also, ähm, die weiße, äh, die weiße Theorie ist, dass praktisch, ähm, die... Das ist, äh, das Universum sich immer weiter ausbreitet, nach irgendwie zwölf Billionen Jahren und dann geht's zusammen, nachher explodiert's. Dann gibt's die schwarze Theorie, die ist, äh, das Universum geht immer weiter und, äh, top stinkt, ja? Äh, die... Und die Dings... Also, dass, das Universum geht immer gleich. Ey, Leute, jetzt macht doch mal ne G'scheite. Mach doch mal ne G'scheite runter, okay? Und Leute, jetzt kommt die, jetzt kommt die... Leute, jetzt kommt die... Die lernen einfach absolut gar nicht. Und jetzt gibt's auch noch die Balltheorie, das ist praktisch, ich stelle ich ein Tennisball vor, oder so, und, äh, die Menschen können praktisch, auch wenn sie die ganz, äh, großen Raumschiffe haben, können nur in Greise rum, äh, also in der Mitte durch kann man nicht durch so'n Universum praktisch. Aber, es gibt's ein, äh, Wurmloch, also ein Wurmloch nennt sich das, ist so ne Art Dings. Aber kennst du das, Flo? So, und es ist, äh, es ist, äh, Theorie, das ist praktisch so ein Teleporter. Ja, genau, richtig, mit der, mit der Raumkonstanz, da möchte er noch Tennis gegen sich selber richten. Aber Tops, würdest du eigentlich in ein, äh, schwarzes Loch springen, wenn du die Option hättest? Ähm, ja, kommt drauf an, aber ich finde es richtig spannend. Ja, kommt drauf an, was man unter dem schwarzen Loch sieht, also, äh, ein schwarzes Loch ist, was wirklich einfach nur wie das schwarze Loch, was von der Wissenschaft ist. Du bist ein schwarzes Loch, du bist im Weltraum, da ist ein Loch mit einer, äh, ein schwarzes Loch am Boden, denkt er jetzt wahrscheinlich. Nein, ich meine, so, so, das schwarze Loch, äh, ob's irgendwie das ist, was einfach nur zur Masse zusammen Dingser, also so zusammenpresst, oder ob's ein schwarzes Loch ist, was so science-fiction Sachen genutzt wird, damit man irgendwie durch die Zeit reicht, oder durch die Dimension. Das ist ein Wurmloch, du bist in einer Rakete, du bist in einer Rakete und du siehst ein schwarzes Loch mit einer Aggressionsdisk. Aggressionsdisk? Ich hab keine Ahnung. Einer Aggressionsdisk. Das heißt so, das ist dieser Disc, quasi, die um so ein schwarzes Loch rumdings, der hat so ne... Weißt du, was ich meine? Mhm. Keine Ahnung, Alter. Und es gibt auch so einen Punkt mit dem schwarzen Loch, äh, ab dem du nie wieder, ab dem du nicht mehr zurückkommst. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ja. Nullpunkt. Es gibt auch... Nullpunkt. Es gibt auch die Theorie, äh, also die Alien-Theorie, wenn's überhaupt Aliens geben würde, da, äh, entweder... Ja, genau. Äh, Paradox. Wie auch immer. Ähm, und wer hat gerade Geschenk aufgemacht. Hi Tobs. Ich. Und, äh, genau. Nämlich... Ich bin Lo, ich bin Lo, es ist Tobs. Nämlich, äh, Entweder wir sind... Entweder wir sind vor allen anderen Kreaturen, also vor der Stufe, vor allen anderen Kreaturen, oder wir sind ganz dort hinten. Ja. Ha! Tobs. Tobs. Äh, Mann, wer? Wohin? Ich hab Tobs ja runtergehauen. Ich hab Tobs ja runtergehauen. Ja. Ja, richtig so. Verdient. Ja, verdient. Tobs, verdient. Ich verstehe, was du meinst. Ich will das echt richtig interessant. Aber ich glaube nur, das ist ein bisschen zu hochgradig. Es geht, äh, dengen ist Tobs. Tobs, du mal Tobs. Ja, Tops und ich komm da nicht mit. So. Ja. Hashtag vorgemeint. Hashtag nicht. Okay, leider, wo seitdem. Oder was hältst du generell von Aliens, bro? Generell so, äh, äh... Ja, Aliens, so. Ja, Aliens, so. Ja, Aliens, so. 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 Also, es gibt ja auch sicher zum Beispiel in 2019. Also, ich finde Aliens wirklich interessant. Vor allem die, die, äh, in Apollo kommen und dich dann killen. Einfach auch nicht. Ja, das ist, das ist nicht richtig cool. Aber der mir war wirklich ein Alien, dass er irgendwie, äh, irgendwas mit Porsche gesagt. Der ist irgendwie Flo erwähnt und Porsche. Mit Porsche. Also irgendwie Uga, Aga und Porsche und Flo. Und, und, äh, Pro. Wahrscheinlich war das Flo selber. Ja, man. Wahrscheinlich war das Flo selber. So, warum war es? Letzte Sommer. Ich bin wieder am Leben, ne. Und ich nicht dabei war. Einzige Person. Ich werde was sagen. Man kann mir auch Vertrauen. Ja, ich schwöre dir. Da zu sagen, links an uns und ich werde Juri jetzt töten. Nein, okay. Herr, warum Tops? Mach Juri jetzt fertig. Mach Juri jetzt fertig. Mach Juri jetzt fertig. spielen ich bin der venture ich finde eigentlich ist es einfach mal ein geschenk aufmachen und auf hoffen das das ist das ist das ist das das ist das randomizer ding irgendwie langsamer flora grad noch da ist er weg einen fake schräger ich gemacht ja flossen effekt schreieren ist jetzt tot weiß ich bin ich bin gelaufen ich bin gelaufen das hat sich ich bin ich bin ich habe ich habe nicht mal stopp ich habe keine shoppresset weil das ist ja und seinen tannis shop nicht hat dann ist ja ja wo willst du denn hin da das ist das ganze ding es gab viele diese nicht den falschen tunnel ich habe auch letztes gehört dass irgendwie in unserem universum doch bloß der face gemacht es ist top 100 prozent wenn nichts mehr easy musst du einfach dem wegschreiben ein bisschen eher platz sehen das war ein bisschen zu lang wird es versteht ihr weil ich aus jungen kommen probiert ist kein land doch im bundesland ist das land österreich ist einfach nur ein bundesland von deutschland das wissen die nur noch nicht wer sich tot wer sich tot sie ich probiere ich probiere sie jetzt so wieder zu sagen spagett hier mit ja mehr oder weniger ich habe gerade ein sliempad bei ihm gehört ich hab es los ich war gerade bei ihm oh mein Gott wo bin ich ich wollte kommen zu bekommen zu sparen zum sparen schau mal schau mal schau mal schau mal schau mal was denn hier 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 da bist du wieder ich lebe johann ich hab's gesehen dass es wie bist du da hin gekommen ich weiß es nicht richtig lustig was ist das hier was ist das florian ja was der hölle wer ist jetzt tot so tot ich weiß nicht was passiert ist los rot julian ist wieder Thanos und der vater also glaubst du weil ich habe letztens gehört zu dem dings zurück es gibt ein zehnten planeten glaube ich unser universum also eigentlich gibt es nur 8 also nicht nur universum sondern unserer galaxie eigentlich gibt es nur 8 weil universum eigentlich gibt es nur 8 weil der blut so ist ja ein gasplanet als ob es funktioniert hat okay es gibt es gibt einen gasplaneten die körper die kommentare schreiben und jetzt bin ich nicht bei Thanos leider ich habe die kommentare schreiben ob irgendwie das geräusch herr tubs die ganze in seinem kopf tubs komm her johann komm her wenn ich da hingehe tubs aber rote geflogen er bin ich hier teleportiert wo bist du hier teleportiert ich wollte irgendwo ein kleines schaf ein kleines schaf und schein das ist eher kleines pferd ja johann das ist meiner polo ich verfolge jetzt Johann weiter nein zutsch auf das kannst du euch machen das ist sehr in infriendly unfriendly die kamerade das wäre ihnen freundlich darf ich ja in der pern werfen auf der map und nein okay doch doch ich habe eine neue frei okay dann vielleicht doch keine frage was heißt ja wer ist jetzt tot floh er ist im falschen gang gegangen top's fullmude top's fullmude okay hast du richtig gegangen ah ja okay ich bin richtig gegangen hier war ja irgendwo diese bierkeller also ein alter keller natürlich darauf schauen dass richtig viel zeug ja 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 hat wird ich habe ich habe ich habe einen ich habe ich habe ich habe einen ich habe ich habe noch kein welche berühmte version der version welche berühmte person würde ich gerne treffen in realisation ich wäre gern die 1.14 als for real ich habe doch das strange ja aber das ist so eine filmbringere wenn du eine filmperson nimmst okay dann muss ich überlegen außer dr strange also eigentlich die eine aus paywatch durch die heiraten heißt sie doch mal die eine die den abigen mit die glaube ich ich habe elf ich habe elf attack damit schreck gezogen crystal ring was quality broken rarity rar aber er war eigentlich richtig klar stell dir vor das ist auch das tag industrie ist also wer auch immer ding ist stark er trupps beschicherung und schlur ein bisschen drücken in der perle sind böse sind nämlich nicht was machen wir mit topst könnten natürlich topst ich habe es geht die version geht nicht aber wirklich doch das geht glaube ich wo ist ein hinschieben wo ist ein hinschieben oder boxen ich kann einfach boxen ist gestorben wer ist der golfball das wollen wir haben wir in urlaub das ist ja geil eigentlich in london war überall nur mini golfplätze ja das ist ja so in london oder diesen golfplätze gefahren aber mit golf war autos aus fortheit das ist das war richtig cool einfach fast aber mit der straße fast aber auf der straße mit der straße so richtig mit der nacht mit der straße also seit jetzt das nicht wo ich bin wieso soll ich dir sagen wirklich das echtes hin vom spiel dass man das nicht sagt ja eben okay ich habe bist du beim geheimgang innen drin dort wo du die türen ist sind ich bin in der ersten drinnen okay ja dann geht bis beim start von jump run ja okay guck nach rechts und springen die rechte hinterecke vom raum in die lava wie also wenn ich raus geht der rechts ja runter sicher nein also rechts hinten ecke sagst du floh da habe ich wirklich ich habe schon ich habe schnell funktioniert okay er setzt allerdings geht es nicht wer ist der dings was ich ich habe mir steht keine rolle es ist alles klar ja da will ich jetzt mal sagen das war es hier mit der folge lassen leiden aber und schatten die kommentare was ihr hier von den seiten und ob ich noch mal folgen hier von minecraft wolf mit so einem riesen hirn ist also big brain wie sein lasst lecker aber erschaffen die kommentare wegen der ganzen heroinen und das lag da und tschau so so ARD Text im Auftrag von Funk